Ah, die Licker sind ja hart. Mann, ich wollte helfen, aber dann kam gerade einer hinter mir. Okay, ähm, brauchst du vielleicht doch die Magnum? Ich hab sie vorhin schon benutzt. Also komm, geh noch mal auf. Hm, die Methode ist ganz eindeutig besser, wenn ich will. Ja, ja, das ist die bessere Methode. Du musst einfach nur sofort zurückkommen. Ja. Ich versuche ein paar abzuknallen, dann habe ich vorhin ein bisschen gefehlt. Okay, also. Jetzt benutzt du schon die Magnum? Ne, ich hab sie nur noch zu angenommen. Da, einer kommt schon. Alter, wie die Augen uns sehen. Warte, ist das schwarze Pumpende da, ihr Herz? Ja, ihr Herz muss da eigentlich ein bisschen fleischiger aussehen. Wenn ich das eigentlich abknalle, dann ist die sofort tot. Keine Ahnung, versuch's noch. Warte, der eine kommt zu dir. So, ich hab einen getötet, oh fuck. Da kommt der Nächste. Komm und helf dir. Komm runter, ja. Ich dachte eigentlich, dass ich hier auf sichere Distanz bleibe. Ja gut, geht natürlich auch. Wo ist denn der jetzt? Der ist unter dir. So. Tot? Ja. Okay, jetzt warte kurz. Okay, und nachdem die ersten kommen, soll ich sofort wieder zurück? Ja. Du rennst einmal rüber und rennst sofort wieder zurück, springst von unten und dann... Also jetzt sofort wieder zurück? Ah fuck, du bist jetzt zu schnell gewesen. Oh, sorry. Okay, ich bin zurück wieder. Hi. Fuck, da ist das geschafft. Ich sag dir Bescheid, wenn ich die ersten kommen. Es ist nur, nur die, anscheinend nur die erste Welle. Ist gut so. Ich bin ja auch noch nicht sehr weit gelaufen. Okay, dann kämen wir uns nur mal um die. Scheiße, warum sind sie so schnell? Oh. Wo? Okay. Okay. Der eine ist tot. Wo ist der andere? Tot. Okay. Okay, also nochmal hoch, ja? Das Erblämm, dann mach abschissen. Wohlin, ich schiesse es mal an. Okay. Okay. Alles cool. Dasselbe nochmal. Jetzt ganz rüber und dann wieder zurück. Ganz rüber diesmal? Ja, und dann einfach wieder zurück. Wohin denn ganz rüber diesmal? Ja, bis zur letzten Säule. Kommen schon welche? Nein, lauf. Und jetzt? So, jetzt. Warte. Okay, ich hör schon mal ab. Warte, warte. Warte, warte. Okay, sie kommen. Geh. Okay. Wir sollen jetzt circa drei. Drei Stück? Drei Stück, ja. Drei werden wir fertig. Fünf waren zu viele. immer noch zwei. Ja oder, jedenfalls. Fünf. Okay, die ersten sind schon unterwegs. Ich weiß konzentrieren, konzentrieren. Du hast eh die Ampel. Ja Hinter dir, hinter dir Ich schieße mich die ganze Zeit jetzt ab Boah, fuck man Okay, okay, sind beide tot Jetzt sind beide tot Wo ist denn, hier kommt noch einer? Komisch Das war's? Okay, gut, geh da Das war's noch nicht unbedingt, aber okay Das war's auch auf keinen Fall noch Die Musik ist noch da, man Mit einem kannst du eventuell fertig werden Eventuell Ach komm schon, wir springen Beobacht hier die Lage, ja? Oh, Säuregranaten Sind bestimmt nützlich Geh mal rein Strins Was? Hier ist der letzte Der läuft hier gegen die Kiste Achtung, Achtung, zurück Komm zurück Fuaah Fuck Lauf, 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 lauf Ah man, bullshit Okay, was war das denn? Lauf einfach, lauf Alter, wie viele sind denn das jetzt noch? Das sind mindestens vier Stück, mal Pack die MP aus Okay, geh ein bisschen auf sichere Distanz Scheiße Scheiße Fuck Achtung Ah Ey, schmeck gar nicht gut, ja? Oh, fuck man, wie viele? Fuck Hast du so viel erwartet? Eigentlich schon, ja Ah, fuck, ich komm nicht mehr Naja, das war's Boah, bullshit Wie machen wir das? Ja, genau so wie vorhin Okay Und wie sagtest du? Das Kapitel wird Ganz genau Fuck Okay, gut Das war jetzt Ja, das war eine blöde Idee Von mir Woher gehst du? Dude Okay Okay, jetzt also nochmal Oh, das ist schon recht Die Stelle wird echt schlimm Was fühlt sich, okay? Oh fuck Na ja, sie sind beide auf mich los. Alter, wie oft muss ich noch abknallen machen? Oh fuck, jetzt geht er auf mich los. Okay, das waren sie. Stuck. Oh, ist noch einer. What the fuck? Was kommt der jetzt auf einmal? Nein, er war nicht tot, ich musste nachladen. Okay, jetzt. Jetzt ist er tot. Ja, nimm das für Autum, benutze es. Ich gehe weiter. Jetzt kommen die nächsten. Fuck, hat's geschafft. So, der nicht. Okay. 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 Achtung! Ja, ist tot. Okay. War's das? Ja, jetzt gehst du wieder her. Oh, du hast den Lift schon geholt. Ja. Ja, das ist gut. Gentleman. Ja, wirklich, Mann. Come on! Come on! So. Jetzt gehst du wieder bis ganz nach hinten und rennst dann wieder zurück, damit wir die dritte Welle auslösen. Du wirst die letzte schon auslösen. Die letzte? Das ist nicht die letzte. Es gibt anscheinend vier. Bis ganz hinten hier, oder wie? Nein, noch weiter. Weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 stopp, bleib mal stehen. Jetzt zurück. Jetzt bleib erstmal stehen. Ah, ich höre sie kommen, Mann. Ja, komm, geh, 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 geh. Vielen Dank, Jones. Einer ist tot. Zwei sind oben. Okay, da sind jetzt nochmal zwei. Nur? Sind nochmal zwei, ja. Hast du gut gemacht, Mann. Deck mich. Klar. Moment, deswegen hab ich doch drei. Fuck. Pass auf, ja. Ja, es sind drei. Ja. Fuck. Was? 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 Oh, fuck. Wir hittet gut. Pass auf, ja. Einer ist tot. Hoffe ich zumindest. Ja, einer ist tot, ja. Weg da. Da hinten ist ein Bild. Kraut. Schiehe, schiehe, schiehe. Ich hole es gleich. Okay, zwei sind tot. Hol dir das, hol dir das, hol dir das, hol dir das. Willi, das Scout, Mann. So. Holt sie. Oh, du, das ist hier, Mann. Wow, ist das immerhin. Was? Er hat nur Gold gedrofft. So. Jetzt kommt die letzte Valle. Okay. Hast du den Fahrschuhl geholt? Wunder, Moment, ich glaube, es ist schon vorbei. Die Musik spielt nicht mehr. Puh. Also, das war jetzt auf einmal easy. Na gut, du hast es ganz schön abgekriegt, aber war trotzdem gut. Also, schick mich hoch. Zäuregranaten. Bestimmt noch nützlich sein. Warum kann man die nicht einfach so werfen, hm? Nein. Ja, warum nicht? Was? Geh zurück. Fuck, Mann. Von wegen, letzte Valle. Siehst du, das ist die letzte Valle. Vor allem die Musik hat vorhin nur noch gespielt, weil da einer überlebt hat, den wir nicht gesehen haben. Ja, okay, zwei sind tot. Ich habe zwei abgeknallt. Okay, das ist gut. Einer kommt noch. Nur noch einer? Einer, ich sehe nur noch einen. Den werden wir fertig. Danke für die Hilfe. Wo ist der? Ich habe keine Musik mehr spielen. Ja, vielleicht ist der abgestützt. Ja, ich habe keinen dio. Entschuldigung. Ja, ich bin. Ich bin.